Trau dich mal hier Fahr mal los, komm! Ich hab schon Video Zack So einen schönen Skier sind auch da Ja, sehr schöne Technik Wie in der Skifahrschule Wie in der Skifahrschule ist das hier Ein Skikurs, Skilehrerin, jetzt vor Oh Und der nächste kommt Das ist das Gegenbeispiel, wie man es nicht machen soll Genau Ja, schick So, noch ein Bildchen